Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und in diesem Video zeige ich euch wie gewohnt den Fortnite-Shop vom heutigen Tag. Doch bevor ich jetzt auf den neuen Shop gehe, wollte ich einfach nur mal sagen, dass ihr gerne meinen Kanal abonnieren könnt, wenn ihr keine Shop-Videos mehr verpassen wollt, denn ich lade diese Videos jeden Tag hoch. Und jetzt würde ich sagen, gehe ich mal direkt auf den neuen Shop und dann zeige ich euch mal die neuen Gegenstände. So, und da sind wir auch schon im neuen Shop vom heutigen Tag und wir sehen direkt hier ein neues Emote, das zeige ich dann gleich am Ende. Davor zeige ich nochmal alle anderen Gegenstände und wir sehen hier bei den vorgestellten Gegenständen wieder mal den Magnus-Skin. Da kam ja gestern ein neues Spiel, ist ja ein neuer Skin aus dem Wikinger-Set, sehr sehr cooler, legendäres Skin, wie ich finde, hier mit dem Umhang, der gefällt mir echt ziemlich gut. Und passt zu diesem neuen Skin, gab es ja auch dann eine neue Axt und zwar die Ahnenschlag, ist auch eine ganz coole Axt, passt auf jeden Fall ziemlich gut dazu und sind echt zwei sehr coole Gegenstände, wie ich finde. Und das ist auf jeden Fall heute noch im Shop und dann sehen wir bei den täglichen Gegenständen an erster Stelle das auch erweckte Mode. Ja, das Emote gibt es schon sehr sehr lange im Spiel, immer noch ein sehr sehr gutes Emote, wie ich finde, gefällt mir echt ziemlich gut und das wieder mal hier im Shop. An der zweiten Stelle ist der Nachtkommando Skin, auch schon sehr sehr alter Skin, war auch schon sehr oft im Shop, würde ich mir persönlich jetzt nicht holen, sieht aber auch nicht unbedingt schlecht aus, aber wer den haben will, den noch nicht hat, der kann sich den hier auf jeden Fall holen. Und an der dritten Stelle ist die Eisbrecherhacke, eine ziemlich coole Hacke, wie ich finde, ist ja so eine Schaufel hier, so eine Eisbrecherschaufel halt, gefällt mir echt ziemlich gut, habe ich schon sehr oft auch im Spiel gesehen, habe ich mir auch schon überlegt zu holen, aber ist halt nichts besonderes, aber dennoch ist es eine sehr sehr coole Hacke, wie ich finde. Dann sehen wir hier das neue Mode, davor zeige ich nochmal ganz schnell die anderen beiden Gegenstände und zwar sehen wir hier nochmal den Skin Waffenexperte, auch schon etwas älterer Skin, ich finde der Skin ist eigentlich echt ziemlich cool, kostet 1200 V-Bucks, gefällt mir echt ziemlich gut, ist einfach ein sehr cooler Stil und ja, der ist auf jeden Fall wieder hier im Shop. Und dann haben wir hier noch den Hangleiter Wespe, zeige ich auch nochmal ganz schnell, ja, der sieht so aus, nichts besonderes, kostet aber auch 1500 V-Bucks und wem es gefällt, der kann sich den auf jeden Fall holen. Und jetzt kommen wir auch schon zum neuen epischen Mode und zwar das Hula Mode und das spiele ich jetzt einfach mal ab. Ja, das war das neue Mode, kostet 800 V-Bucks und heißt Hula, das ist ja dieser Hula Tanz, dieser hawaiianische Tanz, ja, der Mode sah eigentlich ganz cool aus und das ist auf jeden Fall jetzt hier für 800 V-Bucks einen Shop und ich würde sagen, das war es auch schon mit diesem Shop Video vom heutigen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und wenn ihr mehr von sie wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video, bis dann und ciao. Bis dann, bis dann, bis dann, bis dann.